Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Visent, auch bekannt als europäischer Bison, ist ein beeindruckender Säugetiervertreter der Familie der Bovide, der durch sein massives Körperbau und seine engen Verwandtschaft zum amerikanischen Bison auffällt. Charakteristisch für den Visent sind eine deutlich niedrigere Hinterpartie im Vergleich zum Schulterbereich, eine kurze Halspartie, ein ausgeprägtes Unterhalsfell und kurze, aber massiv gebaute Hörner, besonders bei den Männchen. Ihr dichtes Fell variiert zwischen rötlichen und graubraunen Tönen, und entlang des Halses erstreckt sich eine auffällige Mähne. Der Lebensraum des Visens erstreckte sich ursprünglich über West- und Mitteleuropa sowie den Kaukasus, doch heute findet man ihn nur noch in einigen wenigen Reservaten und Wäldern. Visente erreichen eine Körperlänge von 240 bis 350 Zentimeter und können bis zu 1000 kg wiegen. Die Lebenserwartung dieser Tiere beträgt bis zu 35 Jahre. Männliche Visente sind deutlich größer und schwerer als die weiblichen Exemplare. Die Körpergröße eines männlichen Visens kann zwischen 235 und 290 Zentimeter variieren, und sie erreichen eine Schulterhöhe von 160 bis 200 Zentimeter. Im Vergleich dazu wiegen weibliche Visente zwischen 500 und 600 kg. Ihr Fell ist dicht und bietet Schutz vor den Witterungsbedingungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Die Hauptnahrungsquelle des Wiesens besteht aus Gräsern, Kräutern, Blättern, sowie der Rinde und den Zweigen von Bäumen. Besonders bevorzugt wird die Rinde von Eschen. Visente nehmen jedoch keine Nahrung von Nadelbäumen zu sich. In der Natur sind sie hauptsächlich Pflanzenfresser und spielen eine wichtige Rolle in ihrem Ökosystem, indem sie zur Pflege der Vegetation und zur Verbreitung von Samen beitragen. Natürliche Feinde haben Visente aufgrund ihrer Größe und ihres Sozialverhaltens in Schutzgebieten kaum, jedoch waren sie in der Vergangenheit Ziel von Jagden, die sie an den Rand der Ausrottung brachten. Heutzutage leben Visente hauptsächlich in geschützten Gebieten wie Nationalparks und speziellen Reservaten in Osteuropa, darunter die berühmte Belowäscher in Polen. Ihr bevorzugter Lebensraum sind gemischte Wälder mit Zugang zu offenen Grasflächen und Sumpfgebieten, wo sie ausreichend Nahrung finden und sich frei bewegen können. Ursprünglich in ganz Europa und dem Kaukasus verbreitet, beschränkt sich ihr Vorkommen heute auf wenige, isolierte Standorte, die strenge Schutzmaßnahmen erfordern, um das Überleben der Art zu sichern. Wälder mit dem Kaukasus verbreitet, die Strenge Schutzmaßnahmen erfordern, um das Überleben zu verbreiten. der Leiden von Kaukasus verbreiten die Dammgarten der Reise, die Unband und den Leiden von Kaukasus verbreitet, können wir auch das überleben. Die Dammgarten der Leiden von Kaukasus verbreitet, die Dr. Kaukasus verbreitet, die Strenge und Kaukasusmarkaßnahmen erfordert. Die Dammgarten der Leiden von Kaukasus haben, die Musik von Kaukasus verbreitetes, die Strenge und Handelsköln, um das Überleben. Vielen Dank.